Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Müsste wir auf die Ancients? Wir machen mal eben hier die Schatztruhe auf. Nur um zu sehen, dass sie zwei Schlösser braucht. Dafür brauche ich nicht nur eins, sondern zwei Schlüssel. Da wäre ja auch zu langweilig gewesen, ne? Hätte man die aufbekommen. Dafür brauche ich... ...viele. Na. Viel zu hoch. Von hier unten kann ich überhaupt nichts erkennen. Noch eine halbe kaputte Statur. Die Engelsstatus beschädigt. Ja, von mir aus. Jetzt kommt aber wieder ein Fluch. Das ist neu. Draco hat wahrscheinlich begriffen, dass mich seine üblichen Flüche nicht aufhalten. Auf der Sonnenuhr fehlen ein paar Ziffern. Fisch. Herr Garry muss einmal zwei gleiche Armschutzplatten gehabt haben. Muss einmal. Blaue Farbe. Du hast einen nützlichen Gegenstand erhalten. Hier fehlen aber einige Eulen-Figuren. Au. Verglichen mit dem bisschen Dingsit Löwenmäulchen. Harmlos. Triller Pfeife. Muss ich wohl was anderes versuchen. Bürste. Blaue Farbe. Blaue Farbe. Gift. Fisch. Aha. Verpisst euch doch einfach. Das ist eine halbe Eulen-Figur. Wo mag der Rest sein? Dreieckschlüssel. So viel... So viel Scheiße, die ich jetzt schon hier wieder sehe. Da liegt etwas im Krug. Aber wie komme ich da ran? Vielleicht, wenn ich Wasser hineingieße. Ich habe nur blaue Farbe. Drauf habe ich jetzt natürlich nicht. Noch ein Stück von dem Krug. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich schon längst den roten Kristall fähig haben. Wieso fehlt mir denn eins von dem roten? Noch. Sie hat noch kürzlich jemand gekramt. Da bin ich mir sicher. Sie kann natürlich wieder nicht mit den Händen kramen. Da ist Frau... Frau Tante sich zu fein für. So. Dafür brauchen wir den Fisch. Ich will dir nichts tun, kleiner Krebs. Aber du wirst mich bestimmt zwicken. Wie holt ich dich da raus? Trillerpfeife. Bürste. Gift. Blaue Farbe. Natürlich nicht. Oh, ein Alchemielerbäum freien. Hier kann ich einen Trank brauen. Ich brauche nur noch die richtigen Zutaten. Brauche ich nur zwei blaue Farbe? Irgendwo? Irgendwie? Irgendwas? Nicht. Das ist ein Fluch. Eine Aufgabe. Hier haben wir noch... ...Aubgabe. Nee, hier nicht. Ach, da liegt noch eine Hasenfigur. Achso, achso. Kriegen wir einen Engelsflügel. Uhu. Hat sich das hier auch schon erledigt? Gucken wir mal hier zum Eingang zuvor. Da kann ich jetzt den Engelsflügel anbringen. Ach, ein Schwert braucht das Scheißteil auch noch. Irgendwas gibt es noch hier. Das ist nun wieder das Tor. Ach, hier unten. Ah, noch ein grüner Stein. Was ist denn mit dem roten? Klasse, noch ein Stück. Ohne Bohreneinsatz ist der Bohrer nutzlos. Du bist nutzlos. So, damit hat sie es auch hier erledigt. Das haben wir hier noch. Das kann ich nicht dagegen einsetzen. Warum's? Der Golem ist riesig. Merkwürdig. Das Amulett hat keinerlei Reaktion. Ich muss vor den letzten Splitter des roten Steinen finden, um dem Monster den Chaos zu machen. Ja, wie und wo und warum? Weshalb? Und wie? Ach, ich bin so dämlich, ne? Alchemielabor. Was kann man denn? Alchemielabor. Gift. Warum Pfarrer brauche ich aber nicht? Äh, okay. Das fängt mit gelb. Ne, also... Hä, warte. Was? Re ist... Oh, warte mal eben. Ich mach mal einen kleinen Schnitt. So, weiter geht's. Äh, ja. Re ist schwerer wie S. Ja. Also, das hier muss schon mal die Farben sein. Aber wenn ich das dann so... Das blaue ist schwerer. Das lila ist schon schwerer. Na, was ist... Ist der grüne schwerer? Grüne ist schwerer. Und nur das blau und das hier. Und das lila da hin. Lilane und das Teil hier. Weiterhin das lila, ne? Achso, das läuft doch grün. So. So, passt. So, wieder eine kleine Unterbrechung. Wie schlimm in den letzten Aufnahmen ist jetzt, ey. Güte. Äh, ja. Äh, nee. Was? Irgendwas stimmt hier noch nicht. Und wie muss das noch andersrum, oder wie? Nee. Okay. So, rein damit. Giftiges Gebräu. Mit dem giftigen Gebräu töten wir die Venusfliegenfalle. Die Venusfliegenfalle. Tschüss. Weg damit. Dann haben wir einen Berührungszirschlüssel und ein Schwert des Engels. Dann kriegt mal der Engel hier sein Schwert zurück. Er zerberstet. Und gibt uns ein Statuette die Eule. Ist natürlich kein akkurates Französisch, aber egal. Dann packe ich hier rein. Dann habe ich eine Gartenkralle. Wie kriege ich das Wasser aus der Truhe? Ja, gar nicht. Jetzt hat er drin. Äh, wo, wo war der grabene Punkt hier unten irgendwo? Na nicht? Doch, doch da. Gartenkralle. Die wird natürlich sofort weggeschmissen. Bohreinsatz. Äh, der lag hier im Gras. Oha. Den brauchte ich wo nochmal? Hier scheinbar? Hm. Nee, so nicht. Das ist nur perfekte Wasserquelle. Mit anderen Zutaten kann ich ja einen anderen Trank herstellen. Aber nein. Ja, äh. 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 Krabbe aufbohren? Äh, was? Ach, hier kann ich auch noch was machen. Ähm. Frage ist nur was. Ach, ich kann hier ein Loch einbohren und dann fließt das Wasser raus. Ah. Aha. Okay. Damit kann ich Wasser transportieren. Da brauche ich den woanders für. Ich denke mal, ich brauche den woanders für. Nee, doch nicht. Ein Cake voll Wasser. Schön, dass wir das Wasser aus dem einem Ding abgelassen haben, damit wir einen Case bekommen, den wir mit Wasser füllen können. Das ist richtig dumm, aber egal. Wie soll da Wasser rein? Ja, genau. Der magische, der heilige Gral. Oh, und die Statue weint. Und das ist eine Engelstatue. An wen erinnert... An was erinnert einen das? Hä? Hä? Ja, nur Angels cry. Am anderen Ufer sehe ich ein Gebäude, aber wie komme ich über den See? Ja, gar nicht. Was sind denn immer diese Fragen hier? Wie willst du denn immer da rüberkommen? Okay, hier brauche ich auch direkt den Stock. Ich gehe weder Brücke noch Boot und so weit schwimmen kann ich auch nicht. Es scheint, die vierte Zauberkräfte brauchen, um ans andere Ufer zu kommen. Was bräuchte denn den Stock? Da ist er. Ach, da ist doch was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf... Oh, die Rätsel sind so langweilig. Die hätte man auch rauslassen können. Ganz ehrlich. Den Rott hier... Den braucht doch echt niemand. Das ist doch echt Vorschul-Niveau. So, ein Fisch haben wir. Kriegen wir mal die Fischfosche. Hilft uns jetzt akut nicht weiter, aber... Ich will, dass wir sie immerhin haben. Ach, mit dem Stock kann ich den den Krebs vertreiben. Nimm dies. Hä? Wie tun wir das denn aus? Frostrankset. Dann machen wir mal einen Frostrankset. Trank. So. Ach, die sind gleich. So. Ist das denn auch schwerer wie das hier? Ja. Probieren wir eben nochmal alles aus. Zur Sicherheit, auch wenn schon der Haken grün leuchtet, man weiß ja nie. Okay, das ist scheinbar auch schon richtig. Dann kommt hier grün hin. Nee, aber... Warte, da stimmt aber noch was nicht. Dann hat das hier ausprobieren. Ist das schwerer wie das hier? Ist das schwerer wie das? Nein. So. Na? Jetzt haben wir einen Frostranks. Frage ist, was wollte ich nochmal einen Frost? Ach, die... Das Wasser. Patsch. Jetzt sagt sie bestimmt, ich brauche Schlittschuhe, sonst werde ich ausrutschen. Unglaublich. Der Trank hat den halben See in Eis verwandelt. So komme ich auf die andere Seite. Ich hatte gerade fast Angst, dass sie wirklich sagt, sie bräuchte Schlittschuhe oder so. Oh. Die Elza liebt ganz offensichtlich glitzernde Dinge. Da liegt sicher alles mögliche im Netz. Wie kann ich dazu... Sie dazu bringen, mich vorbeizulassen? Gehastiges Kaffee, weil ich mag Vögel eigentlich. Triller Pfeife. Wozu haben wir die eigentlich noch? Sternzeichen. Ah, ist ja gut. So. Termiten. Normalerweise gelten die als ungezieferbe. Wer weiß, ob sie später noch nützlich sein können. Lauft einmal auf den Stock drauf. Stock mit Termiten. Da wird ja eigentlich nur ein paar Sekunden noch bestehen, aber ist ja auch egal. Hier fehlt auf jeden Fall eine Kralle. Aber auf jeden Fall, meine Herren. Gelbe Farbe. Also ein seltsamer Mechanismus. Es scheint, ich brauche Schlüssel in Form von Dreiecken. Zack. Ritterhelm. Und die Stator. Da ist was unter dem Moos. Ein Minispiel. Zwei Stücke fehlen. Kein Minispiel. Zumindest noch kein Minispiel. Hier fehlen einige Farbtöpfe. Malen nach Zahlen. Ich muss doch zwei Farbtöpfe finden. Wo weiß sie das eigentlich immer? wie viel von den Sachen sie braucht. Wimmelbild. Wimmelbild. Wir haben mal das Ding. Das Einhorn haben wir da. Dann mal gucken. Da haben wir auch noch die Feder. Der Einhorn kommt übrigens da hin. Ein Füchschen. Ein Füchschen. Ein Schild und eine Gartenschere. Das ist wirklich ein großes, klebriges Spinnennetz. Dafür brauche ich den Staubfädel, den ich erst dachte, hier zu finden, aber sag ich falsch. So, darauf bezog sich das. Ich habe mich schon gefragt, wo ist das Spinnennetz? Ist ja den Racken, ist ja eine Statue versteckt. Der Staubfädel hat auch schon bessere Tage gesehen. Jemand hatte eine eine Feder. Eine blöde Feder. Als wenn eine Feder hätte ersetzt werden müssen. Aber zum Glück hatten wir die Feder. Als wenn das jetzt einen Unterschied macht. Du wirst mich ja wohl verachten. Kreuz. Was kommt da rein? Da haben wir hier die Tatze. Tatze, Tatze, Tatze. Eine Tatze. Der den Rang in seine Statue versteckt. Wo kommt da das Amulett hin? Amulett, Amulett. Da hat jemand die Einhörner entfernt. Wo ein Mixi ist. Warum redet er eigentlich so komisch? Sollte ich vielleicht auch mal unterlassen. Was für eine Gartenschere. Ein Füchschen, eine Tatze und ein Schild. Ach, da ist die Tatze. Da ist die Tatze. Hier stehen Mutterfuchs und Vaterfuchs. Also gehört die kleine kleine Füchse bestimmt hier hin. Das sind doch Wölfe. Ich kann nicht erzählen, dass das Füchse sind. Wo ist denn hier? Amulett. Das irritiert mich jetzt. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hintergrund ist nicht. Dafür eure Gartenschere. Nein, nicht rausgehen. Normale Fußabdrücke reichen. Entschuldigung. Ich bin so dämlich, dass es weh tut. Okay. Als erstes Mal, dass ich einen Tipp in dem Wimmelbild benutze. Das ist echt ein Rekord für mich. Ganz ehrlich. Was mache ich denn da? Da soll das hin. Dann haben wir hier Baby Wolf. Weil das Wölfe und keine Füchse sind. Dann haben wir hier die Tatze. Mit der Tatze kriegen wir ein Minispiel. Berühre die drei Elemente, wenn sie über die Stäbe in der Mitte fahren, um sie dort zu fixieren. Es war einfach. Man musste nämlich nicht allzu genau klicken. Ritterschild. So, ich möchte gerne den Timer wieder sehen. Oh, noch zwei Minuten. In der Zeit können wir aber nochmal eben unseren kleinen Ritterfreund zusammensetzen. So, hier, da. dann zerplatzt er nämlich auch und gibt uns Hörner. Hörner? Brauchen wir denn Hörner? bei dem Teil. Ach, das Ding braucht noch Hörner. Dann haben wir hier einen Dreieckschlüssel. Der Dreieckschlüssel kommt hier hin. Dann haben wir hier den Armschutz. Der kommt auch hier hin. Dann haben wir hier eine Kralle. Mal schauen, wie viel wir jetzt noch in zwei Minuten geschafft bekommen. Kralle kommt hier hin. Dann kriegen wir den letzten Dreieckschlüssel. Meine Güte. Grüne Farbe. Die kommt dann hier hin. Und das Minispiel mache ich auch noch. Info. Info. Hallo. Info. Dann eben nicht. Nein. Geh zurück. Hallo. Tauche den Pinsel in einer Farbe. Male alle Felder aus. Nebeneinanderliegende Felder dürfen nicht dieselbe Farbe haben. Gut, das wollte ich doch nur wissen. Machen wir hier mal Gelb hin. Machen wir mal Grün hin. Hier rein machen wir mal wieder Gelb. Dann hier Rot. Hier auch Rot. Blau habe ich auch noch. Nehme mal Blau hin. Dann Gelb. Grün. Das muss ja nicht schön aussehen. Muss nur irgendwie passen. Machen wir da Blau. Grün. Achso. Ah. Okay. Ich sehe gerade. Okay. Ne. Ich hätte etwas anderes machen müssen. Die müssen ja dann in einer Farbe machen. Mache ich das hier mal Blau? Alles hier alles hier Blau. Ich würde Rot hier hinmalen. Gelb male ich dann hier hin. Mit Grün mal ich hier hin. Mit Grün mal ich hier hin. Nein Quatsch. Grün male ich nicht hin. Mit Gelb male ich hier hin. Auch nicht. Dann mache ich mal einmal hier Gelb rein. Dort Blau hin. Mal ich dort mit Grün hinmalen. Dann male ich mit Gelb nicht dorthin. Sondern mal mit Gelb. Mit Gelb male ich einmal hier rein. Dann male ich hier einmal mit Rot. Mit Grün male ich dann einmal hier rein. Mal mit Blau einmal dorthin. Schlüssel zur Krypta. Die betreten wir jetzt in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist vorbei. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es hier ist. Let's play. Mystery of the Agents. Und bis dahin. Macht's gut. Gut.